Das kann er mal gar nicht. Dann habe ich ihm die niedrigste Wertung bei der Physis gegeben, weil er halt nicht ein Lauch ist, aber zumindest zwischen Süle und mir dann doch eher schmal aussieht. Der höchste Wert ist der Schuss. Da geht es nicht nur um die Schusskraft, sondern um die Schussintelligenz in dem Fall. Weil er weiß, wo er hinschießen muss. Defensiv ist er natürlich eine Maschine, der räumt auf jeden Fall ab. Der Physis muss er auf jeden Fall noch ein bisschen zulegen. Die Physis ist sehr, sehr stark, richtig gut. Eine Maschine, würde ich auch sagen. Dribbling 99. Ein Wahnsinn, wenn er seine Dribblings aufzieht. Gibt einen Gesamtwert von mindestens 101. Vielen Dank. 17. Mindestens 88. Hauptsache mein Antritt wird schneller. Mein Spielerwert bei FIFA 18 sollte mehr als letztes Jahr sein. Ich habe richtig fleißig trainiert. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.